So, willkommen zurück zu Pumpkin Days. Ich bin jetzt wieder an der Kochstation und versuche noch die viele Kamille, die ich gekauft habe, in Tee umzukochen. Muss mich beeilen, denn ich wollte noch einmal wenigstens zum Markt. Noch einmal verkaufen und einkaufen. Irgendwann haben wir Kekse oder ein Pferd und dann rennen wir da hoch. Mit rennen meine ich irgendwie 30 Prozent schneller. Dann haben wir auch mehr Geld und größere Taschen. Dann kann ich das ganze Inventar voller Zeug vollknallen. Ich wäre schon super froh, wenn ich genug Geld hätte, noch mal ein ganzes Samenpaket zu kaufen. So, ein paar Fische wären vielleicht noch mal gut. Ich hole mal noch mal... Ah ne, erst mal verkaufen. So, ich gebe hier wieder die 1000 ein, damit er wirklich alles verkauft. Und bei den Fischen hole ich noch mal 100. Wie gesagt, bis der Honig soweit ist. So, und das ist alles Bargeld. Das ganze Zeug, was ihr hier seht, jede einzelne Kamille, wird uns zu Ruhm und Reichtum verhelfen. Okay, aus denen mache ich jetzt doch noch sieht's. Können wir selber noch welche anbauen. Zehn Stück sind okay. Hier hätten wir jetzt auch Gold und sowas noch kaufen können. 180. Irgendwann können wir uns die leisten, ohne mit der Wimper zu zucken. Darauf freue ich mich schon. Ja, wir wollten noch Honig, aber, ups. Honig und Eisen. Hab ich was davon mit? Ne. Und Tierra wollte noch einen gebratenen Fisch. Den gefallen können wir eher tun. Ich brauche noch eine neue Pickaxe. Oh Mann, so viel Arbeit. Können wir mal zur Seite machen. Ich brauche eigentlich nur eine goldene Pickaxe. Vielleicht ist das auch noch mit drin. Wir haben noch vier Goldbahnen. Muss ich mal schauen, ne? Und hüpf. So, jetzt haben wir es nicht mehr alt. Natürlich. Das einzige, was wir noch machen müssen, ist unsere Pflanzen bewässern. Die Bäume gehen übrigens nicht ein, wenn man sie mal nicht gießt. Allerdings wachsen die auch nicht weiter. Was auch ein bisschen doof ist. Denn erst ausgewachsen, nützen sie uns was. Hier diese... Was sind das? So Zimtbäumchen? Die sind ganz klein, wie ihr seht. Vielleicht stelle ich da noch irgendwie mal eins zwischen. Keine Ahnung. Die sind schon zu groß. Der ist schon fertig. Ja, der trägt Früchte. Cool. Die brauchen wir erstmal nicht. Die auch nicht. Und den brauche ich jetzt doch erstmal nicht an. Okay. Wo ist denn mein Obstpflücker? Hier. Hm. Dann gehen wir mal da raus. Rüsten den aus. Ah, die Macadamia. Guckt mal. 34 Früchte gleich. Egal wie viel die wert sind. Die bringen uns Kohle. Drei pro Stück. Na, ist das super. Ihr seid auch schon fertig. Die Zitronen. Wenn man genau hinguckt, sieht man die Früchte am Baum. Super. Dann lohnt es sich ja jetzt schon mal zu gucken. Ihr seid noch nicht so weit. Sehr schön. Die hier hinten auch nicht natürlich. Sobald wir Zucker haben, können wir aus Früchten, zum Beispiel Eis und Bonbons machen. Und dann wird es richtig rentabel. Jetzt für den Anfang könnten wir sie verkaufen, damit wir wieder Geld haben. Ich glaube, das mache ich auch. Die können wir auch verkaufen. Die müssen nur rein. Warte mal, die Schaufel bräuchte ich doch nicht. Die auch nicht. Ja, ich gehe das mal verkaufen. Moment. Und danach gieße ich weiter, bis es dunkel wird. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Hm. Kleinvieh macht auch Mist. Das heißt, kleine Dinge lohnen sich manchmal auch. Manchmal machen sie auch Arbeit wie große Dinge. So. Hier ist alles fertig. Das werde ich jetzt erstmal nicht gießen. Aber hier sind noch Sachen, die gegossen werden müssen. Darum kümmere ich mich jetzt natürlich zuerst. Gut, dass es hier nicht so dunkel wird, dass man gar nichts mehr sieht, oder? Für euch ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Aber für mich geht es noch. Ich habe gesehen, wir können eine Steinlaterne craften. Da muss ich mich nochmal erkundigen, wie das ging. Denn dann hätten wir hier ein bisschen Licht. Das wäre doch eigentlich schön, oder? Dass hier in der Mitte so ein Platz frei ist, war auch eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Dass ihr mir auch noch eingeht. Ich bin da ein bisschen übervorsichtig. Gut. Also solange die Gießkanne noch nicht kaputt ist, können wir hier immer noch was machen. Schade, dass die Spitzhacke nicht lange durchgehalten hat, nicht wahr? Hier haben wir noch Platz zum Anbauen. So. Wir können ja mal Minze anbauen. Ist was, Mädchen? Da kipps ja gleich schon wieder um. Out wollten wir noch. Okay, die Sachen sind jetzt erstmal, die rennen uns nicht weg. Fischfilet warten wir, bis wir wieder Honig haben. Das heißt, im Grunde könnten wir den Fisch hier erstmal lagern. Die beiden. Den anderen lassen wir drin, dass wir dran denken, den zu verarbeiten. So. Und sobald wir genug Honig haben, machen wir da weiter. Bei unserem Experiment. Haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Nein, hier war noch was live. Ah, Wasabi. Muss ich auch mal gucken, ob sich das lohnt, das anzubauen. Wasabi. Wasabi, zeig mal her. Fünf Stück, also fünf Gold bringst du. Ups. Du brauchst fünf Tage. Okay. Das ist jetzt erstmal nicht so pralle. Was passiert, wenn wir Wasabi hier reinpacken? Nichts. Tja, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wa? Wie lange braucht Zucker? Fünf Tage. Wir können ja noch ein Zuckerfeld anbauen. Ah, einmal Zucker anbauen. Hier ist alles voll. Hier können wir beenden. Ah, die schwarzen Bohnen, die wir brauchen. Oh, das hat mehr als ich dachte. Viel mehr als ich dachte. Cool. Wie rentabel seid ihr denn so? Fünf Gold. Fünf Gold und es wächst nach. Ach so, ich hab ja hier Dünger drunter, deswegen sind die so. Mal gucken, wie viel wir haben. Fünf mal 50 sind schon 250. Also 500 für eine Ernte von dem Zeug. Das ist natürlich cool. Dieses ganze Gemüse können wir jetzt erstmal verkaufen, weil ich dafür auch noch gar keine Rezepte weiß. Da kommen wir unser Farmcode da ein bisschen näher. Sicherheit selber nochmal was essen. Ah, die sind auch bald soweit. Ist auch alles bepflanzt. Super. Äh, die gieße ich mal nochmal. Das ist ja eine gute Einnahmequelle mit den schwarzen Bohnen. Nicht übel. Wenn man Sachen verkocht, bringen die hier wirklich mehr. Nur im Moment. Wollen wir davon noch welche? Ja komm, ich mach nochmal 18, dann machen wir noch so ein Doppelfeld. So viel Kohle, wie die bringen. Das ist eine gute Idee. Okay. Und den Tee würde ich auch noch loswerden. Ja, und wie ich den Tee loswerden will. Wir kochen jetzt Tee bis zum Umfallen. Und dann ist die Folge vermutlich auch gleich wieder zu Ende. Wir werden das nächste Mal richtig, richtig viel Geld haben, wenn wir auf den Markt gehen wollen. Oder ich ruge schon vorher ab, um noch ein paar Fischstationen zu holen. Dann können wir schneller die Fischfilets herstellen. Die bringen ja auch immerhin 10 Gewinn. Genauso wie die Kamille. Kamille gibt es nicht immer, aber die Fischarten gibt es oft. Den Bremen gibt es fast immer. Ansonsten der zweite Fisch, der auch noch so halbwegs rentabel ist, ist dann die Flunder. Die kostet 5 mehr. Aber dann machen wir auch 5 plus. So, wenn wir das ganze Zeug verkaufen. Tee einmal behalte ich. Wenn wir wieder in die Mine gehen, brauchen wir die Energie. Ja, das geht schon. Wir haben ja Camellia angebaut. Irgendwann ist die jetzt auch mal reif. Da können wir wieder Grüntee machen. Ich werde auch die anderen Kräuter Minze zum Beispiel anbauen. So. Okay, 5 Fische haben wir noch. Komm, die bringen wir jetzt noch runter. Wenn die oft so bimmeln, ich werde noch die Fische unterbringen. So, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich zu viel gekauft habe, weil eigentlich haben wir hier jetzt noch 100 Stück drin. Bis ich 100 Honig habe, da fehlen mir noch eine Menge Bienenhäuser. Also, jetzt mal den schnellen Weg und werde folgendes machen. Ich verkaufe die hier noch. Dann haben wir wieder Platz. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und hier hätte ich gern noch ein Feld. Und so, mache ich sie gleich dran. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt haben wir hier zweimal neun Felder. Ich möchte hier gerne Kräuter anbauen. Ne, ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ja, ich warte noch ein bisschen. Hier ist was reif und das nehme ich gleich mal mit. 3, 3 und da fehlt dann wieder eine Reihe. Oh, 11 haben wir schon. Dann baue ich jetzt noch eine Reihe hiervon an. 5, 6. Okay, einmal trinken. Den Kopf. Dann haben wir nämlich nächstes Mal genug rote Beter angebaut. Die brauchen wir ja auch noch. 20 Mal. Ah, hier ist das nächste Reif. Ach Gott. Das schaffen wir aber nicht mehr. Wir müssen jetzt ins Bett. Ausgeschlafen, Mädchen. Mal kurz gucken, ob wir neue Rezepte finden. Oh, eine Meteor Pickett. Das ist, soweit ich weiß, das einzige Material, was nicht kaputt geht. Das Meteorgestein. Komm, sag mir, dass es morgen mal regnet. Ich will mal wirklich in die Höhle. Nö. Den gefallen tut es uns nicht. Schade, schade Schokolade. Schade, schade Schokolade. Ich muss jetzt mal eine Pause machen und ihr wahrscheinlich auch. Es war ganz schön anstrengend. Ich höre nur noch, was unser Kanal so sagt. Wie man eine silberne Wasserkanne macht. Ja, das wissen wir. Das können wir von den anderen Rezepten ableiten. Scrambert Eggs. Das ist, glaube ich, Rührei. Ein exzellentes Rezept. Oh Gott. Das ist eine Mischung aus Exzellent und Ei. Oh Gott. Oh Gott. Ja, verschone mich mal mit deiner Lustigkeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal abspeichern. Nur zur Sicherheit. Beim nächsten Mal müssen wir wieder ein bisschen expandieren. Ein paar Maschinen kaufen, damit die Produktion etwas schneller vorangeht. Zum Beispiel die Fischschneidemaschine. Dann können wir noch mehr Honighäuser hinsetzen. Das wäre sogar eine exzellente, exzellente Gott. Eine sehr gute Idee, noch wenigstens so vier, fünf Bienenhäuser hinzusetzen. Den ist das total egal, ob die dicht an dicht stehen. Also ihr könnt da wirklich so ein Blumenfeld machen, so wie ich. So, keine Ahnung, mindestens vier mal vier. Und dann stellt ihr da überall Bienenhäuser rauf und drumrum. Hauptsache ihr könnt da noch raufklicken. Und da kriegt ihr jeden Tag da, keine Ahnung, zehn Honig. Und das Coole ist, ihr müsst die auch nicht jeden Tag ernten. Wenn ihr mal drei, vier Tage dazu keine Zeit habt, bis zu acht Honig speichert ihr das Haus. Rein theoretisch müsst ihr also nur einmal in der Woche, kurz vorm Markt nochmal den Honig abholen. Und dann könnt ihr da diesen Honigfisch herstellen. Und denkt dran, 100 pro Honigfisch. Honig kriegt ihr kostenlos und Fisch für 15 oder für 20. Also das ist total cool. Jaja, soviel dazu. Also das ist so mein Tipp, um wirklich schnell Geld zu machen, damit ihr euch mehr kaufen könnt. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann!